Das ist Gruppe RUSSKA! JA! Aber wem interessiert das, wenn es um dein Recht geht? Du studierst, das heißt, du hast das Recht zu wählen. ÖH-Wahlen zwischen 19. und 21. Mai. Du fragst mich, warum? Wählen ist leihwarnd. Weil jede Stimme zählt. Wer nicht wählt, braucht auch nicht sudeln. Und wer wählt, stärkt eine demokratisch legitimierte ÖH. Wer wählt, gern etwas, wer irgende. Wer nichts wählt, hat nichts zu sagen. Du brauchst noch mehr Gründe? Dann gehst du auf Hashtag ÖH15. Text im Auftrag von Funk Untertitelung des ZDF, 2020